Hallo, Alexander Schumann hier. Heute ist ja schon wieder Weihnachtszeit. Ich habe die Bischofszipfelmütze aus dem Schrank geholt und heute gibt es nach langer Zeit wieder mal ein Video. Im letzten November habe ich jeden Tag ein Video hochgeladen. In diesem Jahr kein einziges. Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Zeit, in der ich kein Video hochgeladen habe, die Abonnentenzahl deutlich gestiegen ist. Das kann natürlich Zufall sein, aber seltsam ist es schon. Ich werde das jedenfalls weiterhin beobachten. Kommen wir nun zu etwas Offensichtlicherem. Ich wollte mir in den letzten Monaten Haare im Gesicht wachsen lassen. Nein, nicht aus religiösen Gründen. Ich wollte einfach wissen, wie ich mit Bart aussehe, bevor er grau und weiß wird. Leider musste ich feststellen, dass ich offenbar die falschen Gene habe. So richtig dicht ist er nämlich nicht geworden. Eher so eine Art Eisenbahnerbart. An jeder Haltestelle ein Haar und manchmal sogar komplett kahle Stellen. Nun ja, lieber im Gesicht als am Kopf. Wobei mir aber dann keine Haare am Kopf lieber wären als eine Glatze. Genug der flachen Witze. Dichter Bartwuchs hat natürlich auch seine Nachteile. Wenn man nach einer unrasierten Woche wie ein Ewok aussieht, ist das nicht lustig, aber knuffig. Wie dem auch sei, da das mit dem Gesichtspullover nichts Vernünftiges wird, kommt er demnächst weg. Versprochen. Zum Schluss noch eine Zuschauerfrage. Und zwar wurde ich gebeten, ein Statement zu politischen aktuellen Themen abzugeben. Bei politischen Themen ist es bei mir so wie mit Fußball. Es interessiert mich einfach nicht. Da weiß nämlich auch jeder immer ganz genau, was man anders machen müsste und wer was wie tun sollte. Das ist bei den Stammtisch-Trainern genauso wie bei den Stammtisch-Politikern. Da wissen andere immer besser Bescheid. Die Gemeinsamkeiten von Fußball und Politik sind bei mir. Es interessiert mich nicht und ich habe keine Ahnung davon. Und ihr wisst ja, was Dieter Nuhr sagt. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. So, das war es schon wieder für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Bis demnächst.